Hi Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Produktvorstellung und zwar geht es sich heute um das Antifoss der Firma Aquamedic und ein neues Thermometer. Bis gleich nach dem kurzen Intro. So Leute, zwei neue Produkte, nichts weltbewegendes, aber nice to know würde ich mal sagen. Fangen wir mit dem T-Meter 2 an, ein einfaches Thermometer, Anzeigebereich in Celsius und Fahrenheit möglich und mit einem Powerknopf versehen, um die Anzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren. Muss ich übrigens dazu sagen, dazu war ich zu blöd am Anfang. Aber warum, weshalb, wieso, zeige ich euch jetzt gleich. Packen wir das Ganze mal aus. Klein, süß, unbeleuchtet, muss man dazu sagen. Wir haben noch einen zusätzlichen Saugnapf, der hier hinten auf die Rückseite kommt. Entweder Saugnapf oder kleine Schraube oder Nägelchen. Das Ganze kann dann dementsprechend, wenn das mit einer Schraube befestigt wird, auch am Schrank oder im Schrank verbaut werden. Wir haben einen Saugnapf hier hinten am Temperaturfühler dran. Das Ganze hat eine gewisse Länge. Man kann es also eigentlich recht gut verbauen. Und ich denke mal, recht süß, recht klein. Packen wir mal in die Batterie rein, damit ich euch zeigen kann, wo ich es zu blöd für war am Anfang. Da habe ich dann schlafende Hunde geweckt, die eigentlich nicht geweckt werden müssten. So, Batterie rein. Das Ganze zeigt jetzt hier 26,9 Grad. Und diese Taste hier oben, wie gesagt, ist dafür da, um das Display zu deaktivieren. Jetzt bin ich hingegangen und habe nur kurz drauf gedrückt und es ist nichts passiert. Und habe gedacht, oh, doof, Taste ist defekt. Oder das Gerät ist schon defekt. Nein, wir müssen, ich glaube, mindestens drei Sekunden. Eins, zwei, drei. So, sollte es aus sein. Display ist aus. Ist im Endeffekt dafür da, um Strom zu sparen, wenn man das möchte. Und ein kurzer Druck da drauf zeigt einem, dann geht das Display wieder an. Ich habe es im Endeffekt da hinten bei mir verbaut, weil mein T-Meter, also mein T-Controller, im Schrank unten verbaut ist. Und ich nicht wirklich Lust habe, jedes Mal den Schrank aufzumachen. Mal eben im Vorbeigehen, also bei mir ist das Display an. Ich gehe hin, schaue da mal eben drauf, da muss ich den Schrank nicht aufmachen. Und ihr seht selber, es fällt eigentlich nicht großartig auf. Man kann es überall verbauen. Ich habe jetzt im Endeffekt an der gleichen Stelle den Temperaturfühler reingepackt, wie der Fühler vom T-Controller. Somit haben wir die gleiche Anzeige. Und es zeigt auch tatsächlich gleich an, identisch. Was ich noch sagen wollte, ich hatte euch ja bei der Installation des T-Controllers gezeigt, wie man überprüfen kann, ob die, ich sage es mal, die Thermometer richtig anzeigen. Beziehungsweise relativ genau anzeigen. Dafür nimmt man sich ein handelsübliches Fleischthermometer. Die sind in der Regel ziemlich genau geeichen. Da kann man gucken, in welchem Bereich liege ich. Also mir ist es relativ wurscht, ob das jetzt 0,1 oder 0,2 oder 0,3 Grad daneben liegt. Dann weiß ich es im Endeffekt. Das sollte man grundsätzlich auch im Hintergrund behalten. Wenn man hingeht, installieren, schauen, passt es, passt es nicht. Ja, aber alles in allem habe ich es überprüft. Und es lag tatsächlich exakt auf dem Wert, den der T-Controller angezeigt hat. Und somit passt das bei mir. Gut, Thermometer weg. Kommen wir zum Antifoss. Antifoss FE. FE heißt mehr oder weniger auf Eisenbasis. Ist ein ganz normaler Phosphatabsorber, der natürlich im Endeffekt uns das Phosphat aus dem Becken rauszieht. Und was natürlich auch die Absorber auf Eisenbasis mit Masse fast alle machen, meines Wissens nach. Ist, dass sie auch Silikat entfernen. Steht dann hier auch groß und breit drauf. Ja, ich benutze im Endeffekt auch Phosphatabsorber auf Eisenbasis, um im Endeffekt noch Silikat ein bisschen aus dem Wasser rauszuziehen. Weil ihr wisst ja, alle Silikat ist genau das, was man mit einem TDS, mit einem Leitwertmessgerät nicht im Endeffekt feststellen kann. Dazu bedarf es noch eines separaten Tests. Praktisch ist dann natürlich, wenn man einen Absorber hat, der auch dann noch das restliche Silikat, was man vielleicht drin hat, noch mit rauszieht. Grundsätzlich ist es so, dass sie natürlich eine gewisse Reichweite haben. Hier sagt Aquamedic bei, lassen wir ihn nicht lügen, genau. Die Bindekapazität von diesem Phosphatabsorber liegt bei 10 Gramm pro 500 Milliliter. Also sprich, das, was jetzt hier drin ist, kann 10 Gramm Phosphat binden. So, jetzt machen wir mal eine kleine Milch-Milch-Milch-Rechnung auf. Der Herr Schöller sagt hier, das Ganze bindet 10 Gramm. 10 Gramm, das Ganze auf unsere Werte, die wir messen im Aquarium runtergerechnet, ist schon ganz schön heftig. Wir messen nämlich in Milligramm. So, ein Gramm hat 1000 Milligramm. Und wir messen im Bereich, beziehungsweise unser Phosphatwert bewegt sich in der Regel im Bereich bei 0,08, sage ich jetzt mal. Den Wert nehmen wir jetzt einfach mal fix. Wir nehmen jetzt mal die 0,08. Das ist der Bereich, wo wir arbeiten. Also sprich, nicht in 1,0 Milligramm, sondern in 0,08. So, ich blende euch jetzt mal den Rechner ein und wir versuchen, das Ganze mal zurückzurechnen. Und zwar auf die 10 Gramm. So, wir haben die 10. Und die müssen wir durch die Menge teilen, die wir im Endeffekt im Becken drin haben. Da das Ganze aber Milligramm sind, müssen wir da noch ein paar Nullen dranhängen, damit das auf diese 10 Gramm hier, beziehungsweise auf die Gramm, passt. So, da rechnen wir dann durch 0,123, das sind die 1000. Und das ist die 0, die sowieso noch dahin kommt, weil wir im 0,0 Bereich beim Milligramm arbeiten. Und dann kommt erst die 8. So, und jetzt haben wir den Wert von 125.000. Ist ein bisschen viel, oder? Komisch, warum ist das denn so viel? Also das wären 125.000 Tage, wo wir da mit hinkommen würden, wenn das Ganze auf einen Liter gerechnet ist. Jetzt rechne ich das Ganze mal auf mein System, roundabout 600. Durch 600 macht 208 Tage, die rein rechnerisch, nur rein rechnerisch, überschlagstechnisch, das System arbeiten würde und mir meine 0,08 da aus dem System zieht. Jetzt rechnen wir das Ganze noch, ich sag jetzt mal, rund durch 30, das sind nämlich die Tage und wir kommen auf 6,9 Monate. Das wäre jetzt die grobe Rechnung gewesen, so Pi mal Daumen reicht das. Es kommt natürlich auch grundsätzlich darauf an, was ich ins Becken reinpacke. Wie gesagt, das war jetzt nur eine Beispielrechnung und im Endeffekt, ich würde mal pauschal sagen, haltet grundsätzlich, wenn ihr das einsetzt, euren Phosphatwert im Auge. Steigt der, ist wahrscheinlich der Absorber voll. Bleibt er gleich oder bleibt er in der Menge, wo ihr das haben wollt, dann wird das im Endeffekt passen. Aquamedic ist unter anderem noch hingegangen und hat hier einen Verschluss eingearbeitet. Ich reiße das Ganze mal auf und ihr seht, ich kann das hervorragend, einmal links, einmal rechts, aber wahrscheinlich wird es auch dementsprechend aufgeschnitten, kann man natürlich auch machen. Wir haben hier oben einen wiederverschließbaren Mechanismus drin, also sprich, wir können es wieder genauso dicht verschließen. Wie wir es gekriegt haben. Das Ganze gibt es in 500 Gramm, das Ganze gibt es in 1000 Gramm und ich denke, ja, ich werde es dementsprechend einsetzen, testen und ihr werdet definitiv von mir davon hören. Genauso wie von einem Thermometer, aber ich denke mal, bei einem Thermometer kann man einfach nur gucken, passt es oder passt es nicht. Werde ich dementsprechend dann in meinen Tagebucheinträgen kommunizieren. Ja, das war es dann zum Thema Produktvorstellungen für heute und wir sehen uns beim nächsten Tagebucheintrag, beziehungsweise das Schweizer Riff wird dann auch bald wieder einen neuen Teil rausbringen. Bis dahin, bleibt mir treu, ich zähle auf euch, euer Weiber. Ciao! 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 Ciao!